Wir haben auch Gäste eingeladen, nämlich Hernan Toledo and Group. Ja! Ay, Maestra a vida, cámara. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, da kommt heiße Salsa Stimmung bei uns im Wurlitzer Studio aus. Danke vielmals. So, jetzt möchte ich doch gleich bitten, die ganze Gruppe einmal zu uns zu kommen und auch den Norbert Wieland, der hat einen fürchterlich langen Titel, aber auf einen kurzen Nenner gebracht, peruanischer Konsul. Kommt als Dolmetscher, ich bedanke mich auch gleich recht herzlich. So, jetzt möchte ich doch mal bitten, dass einmal die Gruppe und beziehungsweise du dich einmal ein bisschen unseren Zuschauern vorstellst. Ich möchte dich an dich und an deinen Gruppen vorstellen. Mein Name ist Hernan Toledo, ich komme aus Peru. Mein Name ist Hernan Toledo, ich komme aus Peru. Ich bin Choreograf und leite eine Tanzgruppe in meinem Land. Ich kenne Wien und seine Kultur, das gefällt mir. Ich fühle mich ein bisschen verpflichtet, Wien die latinoamerikanische Kultur zu zeigen, und zwar Salsa. Der Gruppe ist von Integranten von verschiedenen Nationalitäten, in denen wir Viener, auch Austriakos. In der Gruppe haben wir Leute aus mehreren Teilen der Welt, Österreicher, Griecher, Argentinier. Italiener, Griecher, auch aus Südtirol. Aus Südtirol, wenn ich dafür vorstelle, in Inggris auch noch. Und ihr habt euch jetzt hier, pardon, in Wien zusammengetan. Ich glaube, das ist ja eine Premiere, dass ihr gemeinsam tanzt. Das ist eine Premiere, die wir hier in Viena spielen. Ah, sí, es ist die erste Mal, die wir hier in Viena spielen. Ja, das ist das erste Mal. Und über todo dieses Spektakul, das wir hier in Andino arbeiten, se nennt sich ein Ort Salsa. Das ist, digamos, ein internationales Spiel, hier in Viena, weil wir es nicht in Peru gemacht haben. Das ist das erste Mal, dass wir diese Show hier in Wien veranstalten. Das heißt, ein Ort Salsa. Und das wird in Andino-Restaurant aufgeführt. Wann sind diese Auftritte? Die Daten? In Enero, todos los Lunes. Todos los Lunes Salsa, in Enero. In Viena, jeden Montag. Montagabend dann immer. Montagabend, ja. Jetzt würde mich doch mal interessieren, der Tanz Salsa. Was ist das Typische dafür? Woher kommt dieser Tanz? Sind die Rundsprünge? Que es lo typico, la Salsa? Como se va y la... Que es la Salsa? Bueno, la Salsa viene de Raíces Afro, especialmente Afro-Caribeño. Das kommt ein bisschen aus Afrika, und das ist eine Mischung zwischen afrikanischem Rhythmus und caribiaschem Rhythmus. Tiene su desarrollo, bueno, in Países de habla latinoamericana, habla hispana. Das entwickelt sich in Spanischsprachenden Ländern. Tenemos Puerto Rico, tenemos Panamá. Puerto Rico und Panamá. Ahora desarrollado en toda Latinoamerica por la promoción grande de New York. New York, Salsa, you know. Das hat sich in New York, in den Vereinigten Staaten promoviert, und jetzt tanzt man überall in Latinoamerica. Nein, die dann noch nicht. Gut, ihr habt aber noch ein zweites Stück vorbereitet für uns. Was wird das sein? Todavía haben wir preparat, ein zweites Akt. Ja. Das hat sich verstanden. Vorher noch etwas über die Geschichte von Salsa. Wunderschön. Bravo. Das erzählt ein bisschen die Geschichte des latinoamerikanischen Volkes, und ein bisschen die gewöhnlichen. Amor, Desamor, Desilusiones, todo. Involucrando la música, la salsa, alfa, 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 alfa. Okay, vielleicht können wir dann nachher noch sprechen. Jetzt, wie heißt das Stück, das jetzt kommt? Wie heißt das Stück, das jetzt kommt? In diesem Moment mit Marta, dem Bailer. Wie heißt es? Er heißt es, er wird mit seiner Partnerin, mit Marta, tanzen. Gut, dann werden wir jetzt die Tanzfläche frei machen. Wir werden hier im Gänsemaß abmarschieren. Gut. Bühne frei für Salsa. Salsa. VAM! Wow! WI-WI-WI-WI-WI-WI-WI-WI Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020